Hallo liebe Kinder, ich bin Vivian. Ach, ihr kennt mich ja. Hänsel und Gretel, wo sind wir da? Im Hexenhaus. Die arme Gretel muss putzen, wischen, schrubben und der Hänsel steht gemütlich im Käfig. Ach, seht selbst! Schuhe schmutzen, Boden putzen, Sachen legen, Stube fegen, auf den Tischen, Speise wischen, Spinnen weben, Kante geben, voll im Blober, weg mit Schrober, Schmutz getaschen, Wäsche waschen, speisen, kühlen, Löffel spülen, hu, hu. Schuhe schmutzen, Wischmopp drüber, Boden putzen, Wischmopp drüber, auf den Tischen, Speise wischen, Spinnen weben, Kante geben, voll im Blober, Staubsaugen, weg mit Schrober, Staubsaugen, Schmutz getaschen, Wäsche waschen, Dreck muss weg mit immer mehr Holz gehacktes Tragen. Ach, mir knurrt der Magen, danke, krieg ich nie, geh bald in die Knie. Schuhe schmutzen, Boden putzen, Sachen legen, Stube fegen, auf den Tischen, Speise wischen, Spinnen weben, Kante geben, voll im Blober, weg mit Schrober, Schmutz getaschen, Wäsche waschen, Speisen, Kühlen, Löffel spülen, hu, hu. Wischmopp drüber, Wischmopp drüber, Wisch, 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 Staubsaug hin und Staubsaug her und Staub, 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 Staub. Alles ohne Lohn, Ernte, Spott und Hohoho und Danke krieg ich nie, geh bald in die Knie. Und Staub und Putz und Wisch und drüber und Wisch und Staubsaug. Untertitelung des ZDF, 2020